Hallo und willkommen zum Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Ja, der Sommer, der war ja schon richtig heiß bis Ende Juni. Es wurden knapp 40 Grad erreicht. Der Sommer hatte sich so ein bisschen verausgabt, hat man das Gefühl. Danach wurde es deutlich kühler, aber nun hat er wieder neue Kräfte gesammelt. So könnte man fast schon meinen. Und nächste Woche wird es wieder heiß und es gibt wohl einen neuen Versuch, die 40-Grad-Marke zu erreichen. Beim letzten Mal war ja Schluss bei 39,6 Grad. Also nur knapp unter der 40-Grad-Marke. Mal gucken, wo wir in der kommenden Woche bei der neuen Hitze landen werden. Doch zunächst der Blick auf den heutigen Samstag und ein Blick auf die Großwetterlagenkarte. Und wir sehen es, wir bekommen es heute mit Tief Theo zu tun. Und dieses Tief bringt uns eine Kaltfront. Und diese Kaltfront, die sorgt heute vor allen Dingen im Nordwesten, im Norden und Nordosten zum Teil für heftige Schauer und Gewitter. Lokal auch unwetterartig mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Das Ganze zieht im Grunde im Tagesverlauf einmal komplett über die Nordhälfte hinweg. Und dann kann es lokal ordentlich scheppern. Die Temperaturen erreichen im Norden 23 bis 28 Grad. Im Nordosten auch bis zu 30 Grad. Und im Süden wird es auch heiß mit Temperaturen zwischen 30 und teilweise 34 Grad. Auch im Süden kann es dann später zum Abend hin einzelne Schauer und Gewitter geben. Auch die können dort recht kräftig ausfallen. Der Sonntag bringt dann Temperaturen zwischen 20 Grad an den Küsten und 30 Grad im Süden. Hier und da gibt es noch einzelne Schauer und Gewitter. Montag und Dienstag bringen dann viel Sonnenschein. Und die Temperaturen steigen weiter an. Am Montag bis zu 32 Grad und am Dienstag auf bis zu 35 Grad. Ja und dann wird es noch heißer. Am Mittwoch und Donnerstag sind lokal Spitzentemperaturen im Westen und Südwesten bis zu 38 Grad möglich. Und noch heißer könnte es dann am Freitag werden. Entlang des Rheins sind lokal 39 oder knapp 40 Grad drin. Da haben wir sie also wieder. Die 40 Grad am Donnerstag vielleicht auch schon oder am Freitag. Irgendwann da könnte es wieder so weit sein, dass wir sehr nah an der 40 Grad Mage kratzen. Ja und die Hitze verlagert sich zum Freitag auch in den Osten. Auch da wird es dann sehr heiß werden mit Temperaturen von teilweise deutlich über 35 Grad. Schauer und Gewitter sind erstmal selten. Erst zum Freitag kann es hier im Westen mal das ein oder andere Gewitter geben. Ja das wird also wieder eine sehr heftige Hitzewelle werden. Da sollte man einen kühlen Kopf bewahren und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Dazu gehören auch die Ventilatoren rauskramen, eventuell die ein oder andere mobile Klimaanlage wieder aktivieren. Und sonst gilt einfach etwas entspannter die nächste Woche angehen. Ja das war es beim Wetter hier von wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht unseren Kanal wetternet auf YouTube zu abonnieren. Tschüss und noch ein schönes restliches Wochenende.